Heute präsentiere ich euch den besten und wirklich den besten Farm-Bild für Bunny. Ja, und zwar geht es einmal um den bionischen Kraftstoff. Den könnt ihr mit der normalen Bunny und auch mit der Ultimate Bunny ohne Probleme nutzen. Und jetzt kommt's, ein neues Modul. Wurde ja in das Spiel einmal reingesetzt und zwar vor, glaube ich, knapp sechs oder sieben Tagen. Und das ist der Bio-Sync-Schild. Und mit diesen beiden Kombinationen können wir mit Bunny einfach alles sehr effektiv und schnell platt machen. Und dementsprechend ist dies mit Abstand eines der besten Farm-Bilds. Ja, und bevor ich aber jetzt hier anfange, eine kleine Anmerkung. Wir haben einen Community-Discord-Server. Vielleicht hast du ja Interesse, uns zu joinen. Den direkten Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Jetzt ist mal genug gequatscht und wir gehen direkt ins Spiel. Viel Spaß! Und somit herzlich willkommen. Und wir fangen auch schon direkt mal mit dem Bild an. Und ich lasse nebenbei jetzt mal hier so ein Gameplay laufen, damit ihr wirklich seht, dass dieser Bild extrem effektiv ist. Ganz klar, wir brauchen einmal das Modul bionischer Kraftstoff, denn es verringert zwar unsere Tempo von der Lichtgeschwindigkeit, aber verbraucht hier LP statt MP. Ja, das heißt, wir können mit einem Lebenspunkt und jetzt kommt es mit fast 9000 Schild ohne Probleme die ganze Zeit rumlaufen hin und her und so. Ihr seht das jetzt gerade selber, das ist einfach nur abnormal, das heißt, wir können hier nonstop durchrushen. Dazu machen wir dann hier einmal unser Fährmanöver mit rein. Das ist eigentlich Schnuppe, kommt halt auf euch an, worauf ihr ganz gerne Spaß habt. Dann geht es auch schon weiter. Einmal mit der MP-Umwandlung. Hier einmal zusätzlich Fertigkeiten, Abbringzeit wird hier reduziert und die Max-MP geht ein bisschen im Keller. Aber Freunde, wir brauchen hier überhaupt keine MP am Start. Dann gehen wir schon Richtung Stimulationsbeschleuniger. Hier bekommen wir ordentlich Leben dazu und die MP geht wieder im Keller. Aber warum Leben? Eigentlich brauchen wir ja kein Leben, sondern nur ein Leben. Dazu komme ich gleich, denn es wird nämlich gleich richtig spannend. Dann das nächste Modul einmal am Start und zwar ist das der gefährliche Hinterhalt. Beim gefährlichen Hinterhalt, ganz klar, wenn wir hier nicht anvisiert werden, machen wir hier zusätzlich Fertigkeitsstärke. Und ja, die Gegner können uns eigentlich gar nicht anvisieren, denn wir haben hier eine extrem große Reichweite mit diesem Bild. Und bevor die Gegner uns entdecken, sind sie auch schon platt. Und dementsprechend bleibt unsere Fertigkeitenstärke schön konstant, so gut wie es geht, auf fast 25%. Dann geht es weiter. Einmal mit dem Elektrospezialist. Ganz klar, hier wollen wir halt unsere Elektrofertigkeitsstärke somit erhöhen und somit wären wir dann bei 81,2%. Dann geht es einmal bei der Reichweitemaximierung direkt weiter. Hier bekommen wir Fertigkeitseffektreichweite sehr hoch, fast 100%. Dann sagen wir mal fast 95%. Aber dafür geht die Fertigkeitsstärke ein klein wenig in den Keller. Aber kein Problem, das haben wir ja mit dem Hinterhalt wieder rausgeholt. Dann gehen wir jetzt weiter. Einmal zum Fertigkeitenvereinfachung. Hier bekommen wir Fertigkeitsstärke Modifikator. Geht wieder dementsprechend jetzt richtig hoch. Und unsere Max-MP geht hier in den Keller. Interessiert uns nicht. Wir brauchen hier in dem Fall überhaupt keine MP. Dann geht es weiter. Einmal bei der Fertigkeitenerhöhung. Logischerweise, wie der Name schon sagt, hier kriegen wir viel, viel mehr Reichweite raus. Und dementsprechend kommt wieder das, was ich gerade schon sagte. Die Gegner sehen uns nicht, denn wir haben sie vorher schon platt gemacht wegen der dicken Reichweite. Dann kommt es. Einmal überwältigender Schild. Setzt Max-LP auf 1 fest und erhöht Max-Schild um 26,8%. Der Max-LP. Der Max-LP. Deswegen ist es halt sinnvoll, die LP ein klein wenig zu pushen. Damit wir noch mehr Schild rausbekommen. Und der erhöhte Schild kann durch andere Stärkungen weiter hier erhöht werden. Jo, und das ist dann natürlich nicht verkehrt. Dann geht es auch direkt weiter beim erhöhten Schild. Hier machen wir das Schildchen auch wieder noch ein klein wenig nach oben. Und zwar mit 151,9%. Und last but not least einmal den Bio-Sync-Schild. Das ist halt das neue Ding. Und zwar Concerts. 70% of the Heels recovered from Heels Orb. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber für diejenigen, die genauso schlecht im Englisch sind wie ich. Einmal kurze Erklärung. Und zwar die roten kleinen Heilungsdinger. Diese LP-Dinger. Die man sich ja Monster hier droppen lassen. Sorgen halt dafür, dass wir anstatt LP Schild dazu bekommen. Und das ist natürlich nice. Wofür leben? Wenn wir dann unser Schild die ganze Zeit konstant umhalten können. Mit diesen Dingern. Ist dementsprechend dann schon ganz cool. Und das ist der aktuelle Bunny-Bild. Wir schauen uns einmal an. Wir sind jetzt hier gerade bei der Fertigkeiten-Abklingzeit von 36,5%. Max MP brauchen wir nicht. Max LP wird hier ein bisschen erhöht. Max Schild wird unter anderem erhöht. Die Reichweite ist bei 186,7%. Mit meinem alten Bild, den ich hatte. Da war ich glaube ich bei 150% oder so. Ja, ich pinne euch mal oben rechts meinen eigentlichen Bunny-Bild, beziehungsweise meinen alten Bunny-Bild einmal ein. Da findet ihr unter anderem alles gegen Kolosse, gegen die Invasion und natürlich einmal die ältere Version von dem jetzigen Bild. Okay, einmal kurz am Rande. So, was für eine Waffe spiele ich und was für Komponenten und was für einen Reaktor. Beim Reaktor sind wir jetzt hier bei einem, wo ich halt unter anderem Fertigkeiten-Dauer mit drin habe und steigende Elektrofertigkeitsstärke. Ist okay, ja. Aber das können wir natürlich noch ein bisschen einmal erhöhen. Und zwar Singularstärke wäre natürlich bombastisch mit zusammen von Elektrofertigkeitsstärke. Diese zwei Sachen wären Hammer. Wenn ihr das habt, ist cool. Wenn nicht, dann macht das so wie ich. Eins vom Bein müsstet ihr mit drin haben, damit wir hier natürlich ordentlich Damage machen. Dann geht es mal Richtung Komponenten. Und eine kleine Anmerkung, ja. Ich bin offizieller Content Creator von The First Descendant. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du eventuell 20 Sekunden deiner eigentlichen Zeit opfern könntest, indem du dann einmal auf den folgenden Link, der in der Videobeschreibung ist oder in den Kommentaren angepinnt klickst, einmal kurz einen Haken bei Support Creator machst und auf Senden drückst. Das war es eigentlich schon, ne. Und es läuft dann eigentlich wie folgt. Solltest du irgendwann mal im Spiel einen Kauf tätigen, bekomme ich einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz Provision von Nexon. Ja, die Preise bleiben für dich gleich und du unterstützt mich dann quasi auch damit, mit deinem Kauf. Ja, und das war es auch schon. In dem Sinne würde ich mich riesig freuen. Kuss geht raus. Und jetzt geht es auch schon weiter im Programm mit den externen Komponenten. Hier habe ich auf jeden Fall das Metzler-Set mit drin, ja. Ihr seht ja selbst, was nicht verkehrt ist, ist halt Max Leben. Klar, Wiederherstellung ist jetzt wieder drin. MP brauchen wir nicht, aber Max Leben wird nochmal ein bisschen erhöht. Denn wenn wir unser Leben zusätzlich erhöhen, bekommen wir natürlich auch mehr Schild durch den Mod. Dann hier Kälte-Widerstand mit drin, MP Wiederherstellung im Kampf brauchen wir jetzt halt nicht, ne. Hier Verteidigung, da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen mit drin haben, ne. Hier habe ich halt auch vom Metzler-Set fast 4000 Verteidigung mit drin. Und dann hier, Max Schild wird ebenfalls nochmal ein klein wenig erhöht. Ist schon nicht verkehrt. So, dann, ähm, waffemäßig ist eigentlich alles Schluppe, ne. Hauptsache, ihr habt dann was Passendes drin, damit ihr hier durch den Reaktor noch ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, und, ähm, das war's eigentlich. Eigentlich spiele ich noch die Blaukäfer dazu. Deswegen auch der passende Reaktor. Aber ich bin jetzt hier gerade nebenbei am Waffenleveln. Deswegen sieht das Ganze auch so aus, wie es aussieht. So, und das war's auch schon. Ah, hier unten seht ihr jetzt gerade, wir sind jetzt, ähm, bei Max LP auf 1. Und wurde dann in Schild umgewandelt in 9226. So, das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat dieses Video so weit gefallen. Wenn ja, dann bleib doch direkt mit einem kostenlosen Follower am Start, sofern du's ja noch nicht getan hast, ja. Und aktivier auf jeden Fall die Glocke. Da unten ist sie, damit du kein Video mehr von mir und The First Descendant verpasst. Und das war's auch schon von mir. Ich würde auch schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. FreigastTV ist raus. Ciao, ciao.